Hallo Leute, ich will heute ein Let's Play von Mega Space Game machen. Ich mache wahrscheinlich jetzt das erste Let's Play. Das Spiel ist jetzt auch neu eigentlich. Und das ist so ein Spiel. Ja, okay, ihr würdet es sehen. Hier, ich habe mich schon registriert, habe ein bisschen gespielt. Und ja, hier hat man eben so einen eigenen Raumschiff und so. Und muss man so Asteroiden erobern. Hier, das doofe ist, wenn man offline geht und ein paar Asteroiden erobert hat und ein paar Schiffe hat, die werden meistens dann zerstört. Ich hätte zum Beispiel so 20, 30 Asteroiden erobert, hier so alle. Aber auf der Karte sieht man die grünen hier, die mir gehören. Und die gelben Dinger sind da, wo was erobert wird. Und, aber, ähm, ja, das ist natürlich doof. Ja, und diese Dinger da sind, äh, Abwehrtürme. Hier, äh, man sieht, wenn die stärker sind, das sind so relativ stärkere. Hier, das sind auch so stärkere. Das sind richtig starke. Das sind extrem stark, also, ich, bestimmt gibt es noch ein paar weitere Stufen, aber die sind extrem stark. Ich schlage mich ja schon mit diesen einen, ähm, aber, aber, äh, ja, was soll ich sagen, aber ja, äh, hier, ja. Oh, und ja, wir haben den Planeten-Robot. Und, ja, der gut sitzt uns. Ist jetzt uns. Und desto mehr, äh, Asteroiden man hat, desto mehr Sachen kann man bauen, hier. So, dann baue ich hier gut gegen Asteroiden. Ich brauche, ich brauche die nämlich. Ich will ja immerhin, immerhin ein paar erobern. Ja, der war es auch schon Maximum. Ja, das ist natürlich ein bisschen doof. Hier, das ist das Geld, das ist, äh, die Munition. Und, ja, ähm, ich kann ja nicht so viel erzählen. Ja, also, das ist so ein Weltraum-Game. Hier kommen auch so, äh, die Univers-Wechseln hier dadurch. Und die Gegner sind auch meist stark eigentlich. Also, hier, guckt euch die an. Also, ich habe noch diesen normalen, bei meinem Hauptquartier. Das Hauptquartier kann, glaube ich, ja, okay, ich will nichts darüber sagen, weil ich bin mir nicht sicher darüber. Aber, das Hauptquartier kann, glaube ich, nicht so schlecht werden. Wenn, ich glaube, dass, ich bin mir nicht sicher. Aber, ähm, ja. Und ich hatte ja auch mal Probleme mit meinem Freund. Und deshalb habe ich wieder keine Aufnahmen mit ihm, ja. Schon wieder. Tja, das ist alles im Kreislauf, ja. Ja, ist ein bisschen langweilig. Ich weiß, und, ja. Wäre auch nett, wenn, äh, einer von euch, äh, wüsste, wie man, äh, Battlefield Heroes oder so coole Spiele auf Mac spielen kann. Oder so, wuss, aber so einfach downloaden, weil ich will ihn nicht kaufen jetzt. Also, dass man die so downloaden kann auf Mac. Weil ich habe jetzt Mac und viele Spiele kann man ja nicht downloaden. Das ist so. Ja, und, ja, die Grafik ist ein bisschen blöd. Hier ist der Chat. Könnte ich auch was hineinschreiben hier. Zerstörer. Hier, die kosten alle viel mehr. Ja, ja, man kriegt, äh, Geld, wenn man mehrere Asteroiden hat. Hier sind die grünen Dinger und die gelben Dinger, wie gesagt, wenn da was erobert wird. Mal sehen. Ja, das, äh, zwei so ein Angreifer gut gegen Bomber. Und hier, Panzerzichtörer. Hm. Ja, die sind eigentlich alle wieder stark. Also, letztens waren ja eigentlich alle auch ganz so schwach. Okay, nicht schwach, aber, äh, die hatten nicht alle so gute Geschütze. Ich meine, jetzt jeder hat das hier. Minimum fast jedenfalls. Hier dieser Fighter 4, der nervt mich. Moment ist, dieser Royal Wolf, der nervt mich am meisten. Also, das ist doof irgendwie. Ja. Äh. Hä? Warum greifen wir das nicht an? Das ist Inge komisch grad. Die müssten das jetzt angreifen. Und? Was? Ich probier mal was. Ja, okay, das ist jetzt mein, okay. Ja, jetzt kann ich hier was bauen, muss ich mal sagen. Nun kann man die ja verbessern, aber ich hab kein Tauben. Veridium. Was braucht man dafür? Äh, und, äh, 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 ja. Ja, dann spiel mal einfach so alle 100%. Ja, und übrigens, dass mein, äh, Stuhl, der so krach macht. So krach. Ja, so, dafür aber, ähm, ja, der ist auch ein bisschen alt jetzt schon. Wann ist er da kann. Ja. Äh, wie gesagt, ich glaub ich bin der erste, der jetzt hier für den Let's Play macht. Man macht ein mega Space Game. Ist okay für ne kurze Zeit. Ich hab gestern auch angefangen. Also, ja, bei der Opa ist einfach mal wieder mal alles Angriff. Natürlich ist das nicht so spannend jetzt eigentlich. Ich kenne spannendere Spiele jetzt, aber naja, hatte nur Lust, das zu spielen, wenn ich immer dabei bin dann. Ja. Also, die sind alle zu stark gesichert, die greife ich nicht an, das ist mir zu gefährlich. Ich habe auch keine Lust, dass die zu weit sind. Ja, sind die auch schon. Guckt euch an, alle haben diese Memo. Oh, ja, okay. Boah, ja, ein bisschen weit, aber okay. Es gibt ja nicht so viele Dinge davon, deshalb... Ja, der grüne Punkt da, der sich bewegt ist, sind meine Raumschiffe. Also, das Gummibrot, worauf? Äh... Ja, Hauptsache, die will ich gerade nicht. Natürlich werden die mal angegriffen. Weil dieser Royal Wolf... Das ist ständig mein Schiff. Och, das ist doofe... Ja, okay, nee. Ist das hier nicht so... Nicht die angreifen. Oh, Mann. Na, da sind meine ganzen Schiffe zerstört, oder so weiter wie... Wird nicht so spannend. Also, von der... Endlich kann ich den mal erobern. Also... Lass mal meine Schiffe in Ruhe. Dieser Royal Wolf, die hat ja hier die... halbe Welt erobert. Ha, jetzt nicht mehr. Ach... Oh, wann baue ich das? Das bräuchte ich doch gar nicht. Oh, ja, jetzt spät. Okay, jetzt gehe ich wieder mal weiter. Weiter, weiter, weiter. Nichts, uh, nee. die rolle wollte es sich doch gar das ist recht nicht nach oben durch das mal an dieser rolle wolf was hat denn alles hier also okay ich greife man diese leichtere dinge ankommen man muss ja auch ein bisschen risiko eingehen war okay dann war das hier okay wie sagt man so viel dass sie nicht jetzt anrufen wenn ja danke können diese rolle wolf wie gesagt ich sag's tausendmal aber mit dresch auch ich meine guckt euch das an der hat ja hier alles ich meine es geht ja gar nicht die halbe galaxie obert kann man nicht eigentlich aber okay gut kann nicht mehr oben ich meine baum ja ich guck mal in den anderen galaxien baumehrerisch ist hier ist doch gar nichts hier kann man auch nur durch das portal kommen wurde ein total leerer wir bauen mehrere schiffe was denn hier kann ich doch überhaupt keine bauen so leider okay dann wechseln wir mal wieder zu 72 ja ich glaube das ganze anfangswelt oder so wo ist das schon mal oder doch nein doch nicht die noch in harten gefechten ja ja nicht so spannend aber naja ja okay wenn man das allein spielt eigentlich macht es mir spaß jetzt so kann ich auch nicht so viel reden darüber hier ja ihr wisst jetzt nicht worüber ich reden könnte ja das ist ein rechtes spiel wie gesagt und und warum mache ich nur aufnahmen ja keine ahnung weil kein anderes gemacht hat und man muss das doch mal vielleicht mögt ihr das spiel auch ich will das auch ihr könnt mich kontaktieren schreibt einfach in den kommentaren dann hier wird man mir ein spielspiel so wie gesagt ihr könnt mir auch und das am besten irgendwie für so coole spiele battlefield und so könntet mir am besten auch vielleicht ein link dazu senden das auf mac installiert aber nicht kaufen weil ja ich bin grad knapp bei kassen sag ich mal hier ja ja also wenn es so weiter geht das kann ja noch lange dauern wie gesagt minecraft minecraft multiplayer funktioniert bei mir auch nicht habe das spiel gekauft oder steht dann das server ist connecting oder so und da steht ganze server kennt oder so wenn ich auf multiplayer klicke steht da ganze zeit search nach server also suche nach server aber aber das ist ja nicht auf also geht doch wo jetzt müssen auch schon ab der bau hier dann ich hier nicht doof dastehe habe ich hier auch schon ab wäre ja ja gut ja mega dingens und ja wo ist es nicht wahr schade ich doch dafür schon so ein leerer so ein leerer astroid tja angriff und ich werde von der seite angegriffen oder nein ja einmal von da einmal von da auf auf ok ja dann warten wir mal und gleich ist auch schon aufnahmen stoppt da wird es hochlaufen und ja entspann ich mich erstmal nach ne pausa auch auf schon gleich 12 uhr ist es das nehme ich gerade auf und ja wenn ihr euch das video gefällt oder das spiel gefällt dann macht daumen hoch und ja wenn ihr wollt sagt mir was du noch für videos machen könnt so mein corp video so wie Gronkh kann ich auch machen ja ich glaub ich mach das auch gleich hab Lust da drauf so mit so ein millionärer mach falls ihr den kennt und ähm ich muss jetzt auch gleich Schluss machen leider ja ok das war's dann Leute gut dann tschüss dann, gehts und im